Grüß Gott, das ist schon der nächste Redner? Ja, das geht ja flott. Vom BG der Herz, Jesus, für Missionare, das Internet muss weg. Bitte einen großen Applaus, Erik Mayer-Waskes. Das Internet muss weg. Warum muss das Internet weg? Das Internet muss weg, weil es derzeit mehr Probleme schafft als löst. Und auf diese Probleme bin ich in letzter Zeit ein bisschen eingegangen. Ich habe mich zu diesen informiert und ich möchte heute einfach mal diese aufzählen. Ich möchte einfach mal wieder vor Augen führen, dass das Internet nicht so perfekt ist, wie wir alle glauben und dass die Probleme, die wir andauernd hören, nicht so klein sind, wie wir alle denken. Und das erste Problem, meine Damen und Herren, liebe Jury, ist die Propaganda, die Lügen, die Manipulation. Man lügt, betrügt und manipuliert. Man manipuliert Menschen. Und tada, man hat fünf, fünfzig, fünfhundert, fünftausend Menschen von der eigenen Meinung überzeugt durch Lügen. Ein kleiner Artikel, den man selber zusammengeschrieben hat und den hat man dann über Bots in die ganze Welt hinaus gesendet. Es geht ganz schnell, ganz einfach und man kann manipulieren. Man kann beeinflussen. Und das ist schlimm. Das ist schlimm, weil fünf, fünfzig, fünfhundert, fünftausend Menschen etwas anderes glauben, als sie glauben würden, wenn sie wahren Tatsachen hätten. Dass fünf, fünfzig, fünfhundert, fünftausend Menschen eine andere politische Meinung haben, anders wählen, als sie es tun würden. Und das Ganze nur, weil irgendjemand im Internet irgendeinen Artikel geschrieben hat. Fake News. Jeder kennt das Stichwort. Und es gibt halt mittlerweile schon mehr Fake News als Real News. Aber das betrifft ja nur die anderen. Wir selber sind ja zu toll, um darauf reinzufallen. Denn was betrifft uns schon Fake News? Das ist doch irgendeine Nachricht, wenn ein Flüchtling, der Ziegen in irgendeinem Streichelzoo ist. So etwas. Darauf falle ich nicht rein. Aber man tut es doch, solange es der eigenen Meinung entspricht. Denn wenn es der eigenen Meinung entspricht, dann hat man schon mal gehört. Und zwar im Kopf. Und es macht dann zweimal. Wenn man etwas zweimal gehört hat, dann muss es ja wohl stimmen. Und es ging so einfach, etwas dagegen zu tun. Dass man sich nachschauen, auf diese Quellen klicken, da ganz am Schluss des Artikels, was man die kennt, einmal mal überprüfen. Hat der Politiker das und das gesagt? Man weiß es nur, wenn man wirklich nachgeschaut hat. Und natürlich, man muss sich überall nachschauen. Man muss auch vertrauen. Vor allem auf große Presseagenturen, dass diese, dass es deren Job ist. Aber ein bisschen Misstrauen ist immer gut. Da man damit nicht in die Fake News-Falle tappt. Nun kommen wir zum zweiten Problem. Und das zweite Problem sind Firmen. Firmen wie Facebook, Google, Amazon und Co. Firmen, die unsere Daten sammeln. Die unsere Daten absaugen. Und natürlich, man muss nicht angemeldet sein. Man braucht kein Google, Facebook und Amazon. Wobei, man braucht es schon. Und sie haben Monopole. Unsere Welt ist vernetzt. Und man kann viele Sachen nur noch über das Internet bestellen. Natürlich. Früher konnte man sie auch nicht einfach so kaufen. Aber früher hat man sie nicht gebraucht. Früher hat man viel weniger gebraucht. Jetzt, jetzt brauchen wir das Internet. Und das Internet wird von solchen Monopolen regiert. Wer googelt auf DuckDuckGo? Wer kann ohne WhatsApp mittlerweile geschadte Termine ausmachen? Wer kann die Hausübung abschreiben? Passt niemand mehr. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Früher hat man sie nicht gebraucht. Jetzt braucht man sie. Unsere Welt ist darauf eingestellt. Und nun hat Facebook unsere Daten. Was machen sie damit? Uns auswerten. Uns sagen, ja gut, ist Max Mustermann schwanger? Ist er schwul? Wählt er diese Partei? Man weiß es nicht, aber Facebook weiß es. Facebook weiß eher als du, ob du homosexuell bist, weil es deine Daten hat. Und das ist scheiße. Scheiße für uns. Weil wir sind dadurch ein offenes Buch. Und nun weiß Facebook, was uns gefällt und kann uns mehr davon geben. Immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche. Filterblase. Und nun kommt das erste Problem hinzu. Die Lügen. Nun werden wir und belogen. Nun wiederum werden wir radikalisiert. Wir hören immer dasselbe. Also muss es wohl stimmen. Alle Menschen sind dieser Ansicht. Und wenn alle Menschen diese Ansicht sind, warum sollte es nicht auch sein? Es ergibt Sinn. Aber wie können dann andere Politiker an die Macht kommen? Wir sind ja die Mehrheit. Und sie nur eine Minderheit. Jetzt regiert eine Minderheit über eine Mehrheit. Da da eine Verschwörungstheorie ist geboren. Und diese kann sich im Internet wunderbar ausbreiten, da es darauf ausgelegt ist. Das Internet ist darauf ausgelegt, uns zu betrügen und zu belügen und zu manipulieren. Und es ließe sich einfach verhindern. Einfach mal ausbrechen aus eigenem Filterblase. Wieder nachschauen. Überprüfen. Gerade bei politischen Sachen. Gerade in der Politik ist es wichtig, sich woanders zu informieren als andauernd am selben Ort. Und gegen all die Monopole, dagegen lässt sich eher wenig machen. Man könnte mal etwas anderes verwenden anstatt Google. Wirklich einmal Duck, Duck, Go. Man könnte einfach mal schauen, dass man weniger abhängig ist. Grundsätzlich weniger am Handy. Und nun, wenn man beim zweiten, dritten Punkt zählen halt. Sucht. Wir Jugendliche, wir sind alle süchtig. Handysucht, Internetsucht, Pornosucht, Videospielsucht, alles. Natürlich. Warum denn nicht? Aber ist das verallgemeinert? Sind wir das wirklich? Ich glaube nicht. Aber man muss wissen, das Handy ist darauf ausgelegt, süchtig zu machen. Jede einzelne App möchte uns süchtig machen. Wir haben belohnt, wenn wir ein YouTube-Video sind. Juhu. Dopamin. Serotonin. Geschenke. Belohnung. Juhu. Oh, wir haben einen Snap erhalten. Wir haben einen Snap gesendet. Wie toll. Ich belohne mich gleich mal selber, weil ich so toll bin. Das macht unser Gehirn. Und dadurch wird man süchtig. Und das ist scheiße für uns, denn wir verbringen mehr Zeit am Handy, als wir können, als wir wollen, als wir sollen. Wir konzentrieren uns eher darauf, als auf das, was richtig wäre. Natürlich, es ist Unterhaltung. Und natürlich ist Unterhaltung auch wichtig und gut. Aber es gibt auch andere Sachen. Es gibt interessantere, wichtigere Sachen, hätte ich gesagt. Ich persönlich war häufig am Handy, anstatt Hausübungen zu machen, anstatt für einen Test zu lernen. Und warum? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man sich so toll fühlt. Oh ja, ich habe ein Bild vom Fußboden erhalten, mit der Uhrzeit drauf. Wenn man jetzt mal daran denkt, ich werde ja belohnt. Ich bekomme Hormone und die machen mich glücklich. Auch wenn nicht so richtig. Sie tun es irgendwie und irgendwie werde ich glücklich. Und das ist scheiße für uns, wenn wir mehr Zeit am Handy verbringen, als wir sollten und wollen. Und es wäre so einfach, einfach mal das Handy wegzulegen. Ich versuche es selber immer mehr und scheitere leider auch häufig daran. Aber ich bemerke schon, ich verbringe weniger Zeit am Handy. Ich verbringe mehr Zeit in der echten Welt. Und jetzt einmal dahingestellt, ob es wirklich besser ist oder schlechter, irgendwie hat es doch einen Mehrwert, in der echten Welt zu sein, anstatt andauernd in der virtuellen. Ich habe angefangen mit dem Satz, das Internet muss weg. Wenn ich sage, das Internet muss weg, dann meine ich das Internet, welches uns belügt, manipuliert, in Filterblasen steckt, unsere Daten absammelt, Monopole unterstützt und uns süchtig macht. Das Internet, welches uns als Generation teilweise sozial so inkompetent macht, wie keine vor uns. Es gab Studien, da haben über 80 Prozent aller 18- bis 24-Jährigen gesagt, ich habe Probleme mit der Bindung ganz einfacher soziale Kontakte. Und viele sagen, ja, es ist wahrscheinlich wegen dem Handy, wahrscheinlich wegen dem Internet. Es ist natürlich ein Problem. Wir sind abhängig. Und wir bemerken es nicht. Wir alle werden beeinflusst vom Internet. Und da müssen wir es gar nicht sein. Wenn ich sage, das Internet muss weg, dann meine ich das Internet, welches schlecht für uns ist. Wir haben ein Internet, welches so etwas ihm möglich macht. Welches eine engagierte Jugend endlich möglich macht. Wir waren bei Fridays for Future dabei. Wir haben demonstriert. Wir haben für unsere Rechte eingestanden durch das Internet. Das hat es möglich gemacht. Aber es hat auch vieles Negatives. Und das, das sollte man bekämpfen. Subscribe to PewDiePie. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.